Dienstag in Thema, 1979. Ein Jahr, das die Welt verändert. Die Islamische Revolution. Der Papst aus Polen. Die Iron Lady. Deng Xiaoping in den USA. Die Katastrophe von Harrisburg. Die Geburtsstunde der Grünen. Der erste Bericht zur globalen Klimakrise. 1979. Urknall der Gegenwart. Zurückschauen lohnt sich. Dienstag um 20.15 Uhr auf Arte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017